hallo und willkommen zurück zu cult of the lamp ich habe in der zwischenzeit den schwierigkeitsgrad um eins nach unten gesetzt wir spielen jetzt auf mittel so wie sich der entwickler das gewünscht hat letztes mal hat es mir einfach keinen großen spaß gemacht dass die gegner bisschen mehr ausgehalten haben deswegen die entscheidung ansonsten werden die dungeons vielleicht auch ein bisschen ich habe schon eine predigt gehalten oder doch doch dachte ich mir dass wir damit aufgehört haben alles klar bei dir wunderbar na gut dann gehen wir jetzt in den dungeon der jetzt hoffentlich bisschen kürzer ist insgesamt wenn die gegner einfach mehr mehr einstecken können dann finde ich das teilweise nicht so gut es gibt ja diese diese spongy gegner die dann immer nur mehr schaden vertragen das finde ich nicht so gut ist hier natürlich besser gelöst aber trotzdem will ja auch nicht dass mir der gesprächsstoff hier ausgeht nunmehr willst du schon wieder du willst also türrichterweise stur bleiben kleines lamm ich höre deine lügen und ich rieche deine furcht die rote krone erhebt sich erneut aber was für ein unwürdigen träger sie hat wollen mich hier nicht so beleidigen und deine loyalen follower werde ich alle abwerben loyalität im auge des todes ist nichts wert so klug sind die meisten deiner leute vor was ist denn heute haben mit mir los ich kriege ja nur auf die fresse schon ein herz insgesamt verloren natürlich auch gut dass der schwierige als jetzt unten ist sonst wird man das gleich noch mal machen können ja ja glücksspiel gibt mir eine gute karte karte wird aufgedeckt nein danke zusätzliche hälfte von im herz die nehme ich gerne so wir brauchen noch gebot stein fragmente doch wenn man die nächsten zwischenboss besiegen könnte man kriegen oder wenn man lesch direkt aufs maul hauen weiß nicht ob es dafür heute reicht ja schau mal wie es so läuft gold nugget gold punkten ist ja auch egal was haben wir hier was haben wir hier ich bin froh dich gefunden zu haben ich habe gute nachrichten jener der wartet ist zufrieden mit deinem fortschritt und wünscht dir eine kronen fähigkeit zu gewähren und habe ich für eine kronen fähigkeit dass das mein fluch kann ich jetzt fluchen das sieht gut aus ich habe ich verstanden habe ich verstanden muss ich jetzt alle reicht es recht stehst ja wer lesen kann ist manchmal im vorteil habe ich gut gemacht die tötete gegner hinterlassen jetzt eifer sammeln ein um deine flüche aufzufüllen das klingt gut ich bin ja so ein alter alter eifer das klingt auch neu hat ungefähr das gleiche gewicht von mir nur ich kann nicht so hoch springen macht er ja praktisch könnte man ja ein bisschen taktisch naja glättrige laterne ein deko gegenstand der erste von vielen kostet nur fünf gras echt günstig so weiter jetzt weiter jetzt was braucht man herzen follower eigentlich follower und was heißt das gegner droppen fleisch anstatt gold klingt auch nicht schlecht wir nehmen ein follower und dann kommen wir noch zum holz rüber zum fisch okay du kannst nirgendwo hin was für was für ärsche das sind ich rett man natürlich das ist mir auch neu ach ich mag content updates deswegen tue ich mich aber teilweise schwer damit spiele gleich zu beginn zu spielen weil meistens lohnt es sich für mich eher ein zwei jahre zu warten wenn man denn die geduld hat das werde ich bei gta 6 natürlich nicht haben also generell bei so in die spielen generell im early access ist eh klar nein bleibt doch stehen vögelchen wo ich stehe deine hingabe und machte mich nicht dafür noch kaputt was hast davon bin zu langsam für die vögelchen lausend eichhörnchen 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 komm her wo ist die auch katzel da ist sie es glaubt ist sie gest... ist eichhörnchen auch noch drauf gegangen oder war das einfach irgendwer der also die kiste die jetzt fleisch gedroppt hat keine ahnung uh fragmente vor äonen wimmelte es in diesen ländern von göttern und ihren anhängern was geschah mit diesem pantheon ach es liegt in der natur der tier zu vergessen und in jener der götter vergessen zu werden vielleicht gingen sie fort vielleicht schliefen sie ein vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen die wenigen verbliebenen schlugen wurzeln spannten netze und formten diese welt für sich und die ihren was haben die ihren damit zu tun eins gab es ein land mit vielen göttern hunderten jetzt ja es spricht doch wenigstens aus äh welches nehme das mittlerweile lacht mich an oh ich kann jedes nehmen dann lachen mich alle an das ist ja fantastisch das ist so ein stein den ich mitbringen sollte ja ja ein gebot stein gebot steine werden verwendet um neue dokterien zu verkünden verwende den altar deines tempels um eine neue doktrin zu verkünden ich glaube wir haben es verstanden links haben wir wieder sonne mond und sterne das heißt neue tarot karte für uns naja wir sind bloße spieler 10 prozent chance keinen schaden zu erleiden oder an christend rum 1,25 hoch das nimmer 25 prozent schneller mit der starken axt das ist relativ gut würde ich sagen lasst deine feuerbälle stecken okay da kam nahrung raus so wie es sein sollte und äh ne klinge des kreuzfahrers will ich nicht ich glaub wir können noch zurück wir haben noch eine kammer vergessen die geht zwar nicht oft zurück aber in dem fall interessiert es mich okay du bist wieder da schön für dich hat mich ein bisschen erschrocken tatsächlich vielleicht kriegt man ja noch ein bisschen fleisch bisschen was auf die rippen ein paar bären und eine blumenhalskette diese blume blüht in alle ewigkeit anhänger erzeugen schneller hingabe oh das ist praktisch das ist nicht schlecht so und dann geht's jetzt zum letzten dungeon park und dann zum bosch und dann müssen wir unseren leuten wahrscheinlich wieder was vorbieten also schwert lass ich da wir könnten zwar recyceln aber äh für das eine gold können wir auch weiter gehen jo noch mal hingabe stehen und drauf knüppeln man kann eigentlich auch nur drauf knüppeln kriegt die hingabe trotzdem da setzt er wieder zusammen so ein Arschloch also tue ich ihn zweimal was an das ist irgendwie befriedigender ja also ich glaub der Geschwindigkeitsboost hat hier meine Unfähigkeit mit der Waffe umzugehen ein bisschen ausgeglichen das ist gar nicht so schlicht mal schau wie da dieses Kühlschrank fliegt und hat die Freundchen da nicht getötet also gut leider nein leider gar nicht hm ach da ist ja noch eins so jetzt jetzt ist er weg oh noch eine Tarotkarte haben wir heute aber Glück was will man was will man 10% Chance beim Töten eines Gegners Herzchen zu erhalten ah wir sind schon relativ weit obwohl niemand ist 10 Gegner ungefähr ein blaues Herzchen das könnte noch was werden wir hätten aber auch das eine sofort nehmen können da ist wieder so ein Feuerspucker neuer Fluch das ist natürlich auch was jetzt war für ein zwei Dungeons kein Fluch aktiv jetzt jetzt habe ich es komplett vergessen die einzusetzen Waleefahrer Fluch au 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 bin ich schlecht heute ein Glück habe ich es auf Mittel gestellt ab und bring mal nicht so viel so jetzt haben wir ihm ordentlich Damage gemacht wenigstens wenigstens einmal dann wieder gegen die Feuerkugel gesprungen vielleicht sollte ich die Folge nochmal von vorne auf nehmen das ist peinlich das ist peinlich das ist peinlich ja ja bin ich drauf gegangen ich bin aber zum Mör... ähm Mörtyrer zum Mörtyrer geworden ist ein nützliches Auto aber ansonsten bringt es nix naja paar Ressourcen haben wir mitbekommen und der Boss ist unzufrieden oje fürchte dich nicht denn du bist mein auserwähltes Gefäß und der Tod kann dich nicht aufhalten ich werde es nicht zulassen denn du bist mir immer noch von Nutzen nun was du gesammelt hast baue den Kult auf und stärke ihn so gewinnt man Macht mache unverdrossen weiter jedes Mal wenn du fällst erhebst du dich stärker als zuvor oh das ist praktisch andersrum wäre es schlecht wenn man schwächer aufwacht so hier geht es meinem Kult ja glauben so mittel dann wollen wir mal den Esel noch rekrutieren ja ja bekieren bekieren was hast du natürlich gehorsam wunderbar annehmen so ein Esel was machst du du machst Holz so das sammeln ja ne ich wollte es doch nur einsammeln oder kann ich das freischalten ich kann was freischalten Schlafsäcke für Papa und ein Grab daneben ah ne Leichengrube ist hier was völlig anderes so dann brauchen wir noch mal Inspiration haben wir nicht genug aber knapp nicht genug na gut ich kann was bauen soll ich was bauen also das war die Deko und die Schlafsäcke natürlich und die irgendwie hier boah das sollte reichen dann beten wir denen einmal noch was vor können auch noch eine Doktrin ohne was ist denn das da unten das habe ich auch noch mal gesehen die Ziege spiele das böse Gegenstück des Lammes gewährt keine Boni können wir auswählen cool aber ist das Lamm nicht böse dann haben wir hier Fleece des Lammes ein edles Gewand passend für den Anführer eines Kult bietet keine Boni schade Fleece der Ketzer ein schändliches Gewand das nur von den unheiligsten Ketzern getragen wird gewährt keine Boni schade eigentlich das sieht ganz cool aus hey geht nur eins ich glaube ich kann nicht Lamm und das gleichzeitig auswählen lass das Lamm frei und nackt sein keine Boni na gut nacktes Lamm ist es für den nächsten Run jetzt eine Predigt na gut sieht man ja gar nichts bei dem Lamm äh tückische Waffen oder Fluch der Horde oh tückische Waffen Chance Gegner zu vergiften das ist doch nice das Nehmer und nächste Ebene freigeschaltet so kann ich jetzt eine Doktrin man muss meinem Kult doch was sagen ok kann ich anscheinend noch nicht doch da oben da oben geht's doch Feuergrube tanze um die Flamme und den Glauben des Kult zu erhöhen ja gerne doch so ein nettes äh Sonnenfeuer Sonnen... Sommerfeuerwende großes Lagerfeuer Bonfeuer mag doch jeder und das jetzt durchführen oh ne mir fehlen Knochen aber ab jetzt kann man die auch sammeln indem du Predigten hältst Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst stärkst du ihren Glauben du benötigst die Knochen deiner Gegner um ein solches Ritual durchzuführen zerstöre ihre Skelette um ihre Knochen zu sammeln begib dich erneut in die Länder des alten Glaubens sammle Knochen gefallener Gegner rekrutiere weitere Anhänger und kehre hierher zurück um ein Ritual im Tempel durchzuführen jo das kriegt mal hin das kriegt mal hin die Hungersituation ist ganz gut brauchen wir noch jemanden der betet hm wär wahrscheinlich nicht schlecht irgendwer noch drei Leute machen Holz einer macht Stein wo seid ihr denn Jungs? ach ihr baut so hier äh ich hab keine Ahnung ich hab das Küken ausgewählt Forderung eingeschenkt du kriegst die Blumenhalskette und dann geh zum Beten äh arbeiten anbeten das ist doch die schönste Aufgabe für meine meine treuen Kult-Member Mitglieder so gleich beginnt die Nacht aber sollte uns nicht aufhalten so jetzt wollen wir aber nochmal den Dungeon hoffentlich meistern ein Knüppel und was Tentatiges das kann nicht schaden ah ich hab nen Vogel bekommen und diesmal haben wir den Beweis ich schau wieder das Ding und schon wieder au au also ist grad 23 Uhr 30 und ich hatte einen langen Tag bin leicht erkältet deswegen spiel ich so scheiße und weil ich keinen Skill hab so bis jetzt nur ein halbes Herz verloren beim ersten Raum oh mein Gott Tarotkarte ja 10% Chance und noch ein Stück Fleisch da werden sich meine Follower frohen au wieder ein halbes Herz verloren noch ein Stück Fleisch ja jetzt erwischt man sie irgendwas hat sich verändert okay okay die nehm ich dankend an so Skelette für die Knochen achso ich hab vergessen dem Lamm wieder was anzuziehen naja egal so ein paar Blümchen boah ich find das fette Teil immer so ablenkend wollen wir ja eigentlich obwohl es einfach ist man sieht ja wenn es aufkommt so so oh hab ich aber nicht viel Knochen Federhalskette das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich uh das kriegen die die was bauen oder die die Ressourcen sammeln müssen also hier gibt's Follower und Kampf und hier gibt's Follower und Markt keine Ahnung vielleicht kann man hier einen kaufen ahja von der Spinne uh 85% Rabatt was ist denn falsch mit der? oder mit dem sieht doch ganz süß aus ja da freue ich dich ab nach Hause mit dir uh kann ich denn ganzes Zeug hier zerstören krieg mein Geld noch zurück ha ich bin kein guter Kunde du findest viele dieser leckeren Häppchen na schön für dich Entschuldigung für zerstören deines ich liebe das Knacken knacken ihrer kleinen Knochen oh Gott eine fürchterliche Spinne jetzt können wir hier irgendwas einkaufen welche haben wir denn eine Tarotkarte Fluchangriffsschaden erhöht sich um 1,25% ne das oder ist das Tarot vielleicht eher einen Trank äh Forneos Schönheit ist Wahrheit Wahrheit ist Schönheit und mehr musst du über dein Herz nicht wissen alles klar eine Blaupause Anhängerform können wir freischalten oh ich nehme lieber den Geburtsstein ach aber so etwas Schönes bringt eine ewige Freude ja das will ich doch hoffen so kann ich dir auch noch schön deinen Laden platt machen oh kriege ich sogar ein halbes Herz kann ich gar nicht aufnehmen na gut die Firma dankt den Flugschaden brauchen wir jetzt nicht nicht unbedingt mal sehen ob es diesmal besser klappt ich habe mich ja gerade nicht nicht mit rum bekleckert dann wäre es nicht so schmerzhaft gewesen und noch ein Stück Fleisch irgendwie so langsam habe ich den Dreh wieder raus mit den Vögeln und stirb Tentakel des Todes ja haben nicht getroffen das ist Pech so Fluch aufladen noch zwei Knochen brauchen wir so was ist da uh Axt ich mag Axte am meisten vor allem so eine schöne Kriegs-Axt Doppel-Schwing-Mobs-Axt keine Ahnung wie das heißt naja ich spüre dass heute noch was passiert uh 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 Waffenschaden um 20% höher her damit her damit jetzt haben wir keine Ausrede mehr warum wir versagen wir sind schlecht für mich ich hab gern Ausreden Klopp hat mich dann erwischt erwischt mich einer einfach so Knochen haben wir genug das ist wunderbar und jetzt wollen wir nochmal den Amadeus da umbringen wie ein heißer Ballefahrer wie komme ich irgendwo oh ich wollte den Fluch einsetzen hat entsprechend nicht geklappt nur nicht zu gierig werden nur nicht zu gierig werden kleines Lamm vielleicht sind wir jetzt doch agiler weil wir nackig sind ich mein so nehme ich auch die Let's Plays auf so Fluch so Fluch ich glaub das läuft schon mal besser jetzt ist er ausgeglichen der Arsch und kann ich nochmal fluchen jetzt kann ich fluchen na gut ja da schaue ich dir was der Schlamm ist stärker denn je zurückgekommen und ab nach unten mit dir in die Kerker Dimension die Knochen nehme ich natürlich mit Bierenstrauß Samen wäre gar nicht so schlecht na dann müsste man mit dem Farm anfangen wir nehmen erstmal 16 Bieren so das sollte reichen wir haben hier noch nicht so viele ich weiß immer nicht wie ich die nennen soll ich nenne sie einfach Follower aber schlimmer als auf Twitter kann es ja eh nicht sein ja ja alle Ungläubigen geläutert diesmal nicht selber drauf gegangen bin halbwegs stolz auf mich ah der Bosch will wieder reden sehr gut mein Gefäß wie es scheint habe ich gut daran getan dich vor dem Tod zu bewahren ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten enttäusche mich nicht klingt wie mein letztes Android Handy war ein war ein und dann wurden die gecancelt war eigentlich ein gutes Handy hat einen zwar ein bisschen ausspioniert aber wer macht das nicht Ackerparzelle ja ja mach aus einem Samen eine ganze Ernte das ist der Plan so dann sammeln wir mal oh du hast eine Quest für mich Shalambaka ein großer Anführer der Kult wächst mit jedem Tag es wird Zeit ihm einen Namen zu geben Kult des Slums klingt doch eigentlich ganz gut äh wie wäre es mit dem Schweigen der Läh Schweigen der Läh Kultig und knackig Kultig und ulkig so das passt hin tut mir leid ich habe Namensbeschränkungen Kultig und ich habe mich verschrieben ui ui was hab ich da gemacht es ist spät am Abend ja das hat einen schönen Klang wunderbar muss ich die Folge so nennen dann kann ich so hinstellen als ob es Absicht war nee du arbeitest sowieso was muss ich denn bauen noch ein Schlafsack stimmt ihr werdet ja immer mehr immer mehr werdet ihr so einen können wir noch rekrutieren schon in einer relativ coolen Form weiß gar nicht was das ist irgendwie so was hast du Co-Profil erhalte 10 Glauben bei Erkrankungen öh schön für dich ist das eine Giraffe nee nur mal Stein bisschen Stein muss sein so wir können dann noch einmal was denen vorbieten und dann können wir eigentlich nochmal in den Dungeon gehen äh Rituale kann man natürlich auch abhalten dann macht man das Dock ein schönes Bonfire ein schönes Bonfire ja ja sind sie glücklich jo dann nochmal ne Predigt ja alle zufrieden oh sieht gut aus könnt euch schon ein bisschen mehr anstrengen beim Beten ne gut die Indoktrination von Anhängern ist ja schön und gut aber du kannst ihnen noch so viel mehr nehmen gib ihnen Geschenke schließe Quests ab und segne sie dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen sobald sie dir vollständig ergeben sind werden sie dir alles geben was sie besitzen sieh zu ich zeig es dir du Anhänger komm wieder rein nein mein Hühnchen oh er freut sich ja ja Anhänger Loyalität kann man jetzt segnen je mehr loyaler Anhänger du hast desto stärker wirst du es gibt noch so viel das ich dir beibringen kann eibig aber ich bin alt und müde besuch mich zu Hause und ich zeig dir wie du dir die echte Macht der roten Krone nutzbar machen kannst na gut einsame Hüte kein Wunder dass er besucht will ich tick ja ähnlich so die Krone jetzt jetzt bekleiden wir uns mal schön so das sieht gut aus das sieht doch gut aus äh glaub hier rüber kann man jetzt reisen ok ich muss einen segnen aber die schlafen alle ach den kann ich auch noch ja bitte verschone mich natürlich hast du gut gekämpft jetzt wirst du ein süßer Marienkäfer ja Farbe passt eigentlich hm wir nehmen die normale Farbe ok Co-Profil und Eiferer annehmen ja schöner Hut meiner ist besser du wirst beten hey die Spinne klaut Holz und gib leckeren Schnäck 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 da brauchen wir ja echt keine Sorgen machen um dir Leute. Zu Essen habe ich genug. Äh. Schlichte Schüssel Bieren. Warum nicht? Fünf Stück. Sollen sie sich halt einteilen. Und einmal. Und zweimal. Zweimal. Bitte schön. Wie werden sie freuen, wenn sie aufwachen? So, ich würde sagen, einmal können wir noch reingehen. Oder muss ich jetzt zum Tütenreisen? Anscheinend will er ganz dringend Besuch. Dann macht man das. Jaja, einsame Hüte. Uh, da ist Holz. Eine neue Anhängerform. Eine Spitzmaus, so wie es aussieht. Und sonst noch was zum Aufheben. Sonst noch was. Uh, ein Schrein zum Ich muss dir danken. Indem du mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt. Frieden. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astragoloi verbringen. Es sind gerade Freunde von mir hierher unterwegs, um sich auf ein oder zwei Spiele zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen. So viel steht fest. Ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen. Äh, Dankeschön. Wieso schickst du mich nicht in Rente und machst selbst weiter? Ja, wenigstens Bieren kann ich sammeln. So. Also, ich muss ja noch einen Anhänger segnen. Dann macht man noch. So. So, wir mal kurz mal in die Hütte schauen. Uh, Geschenk. Du hast meine bescheidene Hütte entdeckt. Gib Acht, nicht dieselben Fehler zu machen, die ich gemacht habe. Oder du wirst genau an solch einem Ort enden. Das sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Und jetzt vielleicht eine Partie Astragoloi? Das kennst du nicht? Na los. Ist ganz einfach. Komm an den Tisch. Nichts zeig es dir. Äh, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich nehme das Geschenk. Großes Geschenk. Ja. Achso, das ist ein Geschenk, das ich meinen Followern geben kann. Na gut, dann mach man das. Einer wird sich bestimmt schon freuen. So, wie mach man denn die große Freude? Tortere. Willst du was von mir? Anführer. Wenn wir hier überleben wollen, müssen wir anfangen, etwas Nahrung anzubauen. So, dass ich arbeite dran. So, und du kriegst ein Geschenk. Großes Geschenk. Ja. Das bin ich als goldene Plüschfigur. Gern geschehen. So, was muss ich machen? Baue Feldfrüchte. Steigere die Loyalität eines Anhängers, bis sie seine Stufe erhöht. Achso, einen muss ich segnen. Äh, äh, äh. Ja, ja. Gute Schildkröte. Ach stimmt, das hat auch Effekte für Leute in der Nähe. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, kann ich mich einsammeln? Kann ich's dann? Natürlich schalte ich's frei. Ein Farm-Paket. Und hier ist die Stufe freigeschalten. Wunderbar. Tempel Stufe 2. Da erwarten uns wahrscheinlich wundervolle Dinge. So, jetzt können wir mal schauen, ob man die Farm direkt bauen können. Das war ein Tempel. Da ist ne Farm. So, wie macht man das? Mach mal, mach mal, mach mal. Nee. Ja, das muss passen. Da ist ein guter Platz. So. Uh, ein Kackehaufen. Hier muss man natürlich aufräumen. Krankheit. Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Verordne einem kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen. Kot. Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten, die sich schnell in deinem Kult ausbreiten. Die Beseitigung von Unrat und das Vergraben von Leichen verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Okay, das hab ich verstanden. Jetzt haben wir da auch noch ein Corona-Symbol. Und da freut sich einer, dass er gerade hingekackt hat. Ja, kann man verstehen. Ah, wieso kann ich kein... Oh, die Biene hat auch einen. Ja, ist ja gut. Nicht schüchtern sein. Das ist ganz natürlich. Uh, ich hab was abgegradet. Keine Ahnung. Aber wieso kann ich nicht einen meiner freien Anhänger sagen? Hier, mach mal weg. Kultglieder hat was Besseres zu tun. Nein, ihr geht doch jetzt auch nicht zum Kacken hier in den Wald. Oh doch, oh doch. So was macht man natürlich gerne in Gesellschaft. Ich mag's aber, dass der eine hier so einen richtig schönen Goldhäufchen rausgenommen hat. Goldener Dünger. Sehr gut. Freut mich, dass ihr jetzt wieder erleichtert arbeiten und beten könnt. Na gut. Ich würde dann jetzt tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.